hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und heute sollte eigentlich ein crowdfunding überblick sein für diese 40 kalender woche wenn ich mich nicht ganz irre aber es gibt nichts wirklich interessantes im kooperativen bereich was auch ein bisschen zu erwarten war denn mit der woche in der nun auch mal die spiel ist haben viele verlager einfach andere sorgen als jetzt eine crowdfunding kampagne zu starten so dass wir diesen sende platz in anführungszeichen nutzen um uns die letzten spiele anzugucken und ja es sind vielleicht die letzten titel wo man so sagen könnte ja kommt jetzt die resterampe aber das muss ich klar verneinen hier sind einige titel dabei die nämlich im laufe meiner mehr entwicklung dieser reihe der ganzen videos ist nun schon das achte noch dazu gekommen sind es ist ein titel dabei wo schon sage hole ich mir auf jeden fall und da werdet ihr sehr zeitnah ein video zu sehen weil es zu einem spiel meiner lieblingsreihe gehört und es sind auch zwei spiele dabei oder mindestens eins auf jeden fall wo ich ganz klar sage lasst lieber die finger davon also ich denke noch mal ein gutes informatives video zum schluss bevor wir jetzt loslegen noch mal der hinweis wenn wir uns auf das spiel sehen sollten quatsch mich einfach an ich freue mich einfach mal ein bisschen mit euch zu reden die möglichkeit zu haben abseits vom internet vom schreiben sich persönlich kennenzulernen finde ich mega cool also sprecht mich gerne an und dann können wir über unser liebstes hobby philosophieren und ja vielleicht würde ich mich auf jeden fall sehr drüber freuen so genug geschwafelt genau und treffen könnt ihr mich donnerstag bis samstag und noch mal der hinweis am samstag bin ich bei diesen meet and play von 14 bis 15 uhr also dort trefft ihr mich auf jeden fall wie ich glaube insgesamt 30 andere konnten creator der band vom brettspiel blog habe ich von gesehen ist auch mit da also ja wenn ihr da lust drauf habt kommt da gerne vorbei so lasst uns loslegen erstes spiel spy guy ab fünf jahren ein kleines spiel es geht darum dass wir gemeinsam in echtzeit versuchen müssen einen jahren verbrechen aufzuklären und geht um beobachtungsgabe und zusammenarbeit wichtige dinge und ja bei so kleinen also zu spielen für jüngere ist es für mich auch immer wichtig aber es ist jetzt so neben dem spielerischen aus das pädagogische element sage ich jetzt mal und beobachtungsgabe ist was ganz wichtig ist und zusammenarbeit sowieso dafür spielen wir kooperative spiele deshalb interessantes ding einfacher aber einfaches spiel von seinem zusammenhang her kommt auch in deutsch kommt in englisch und ich glaube polnisch wenn ich mich nicht täusche und ja werde ich mir sicherlich mal angucken weil das klingt nach einem spiel für meinen sohnemann mit vier castle von loken ist erstmal ein komischer titel ein spiel das bei mir schon hinten im regal steht auch mit der deluxe version und ich will schon seit ewigkeiten eigentlich mal spielen bin aber nicht dazu gekommen ich spiele aber gerade ein anderes spiel vom gleichen vertrag nämlich jagged alliance und das gefällt mir richtig gut so dass ihr wenn ihr dort interesse an habt die möglichkeit hat bei den jungs vorbeizuschauen und zwar haben sie angegeben und ich sage es betonen das mit dem angegeben 4i 107 genau haben sie angegeben dort findet man aber eigentlich einen anderen verlag ich schätze mal dass sie dort irgendwie mit dabei sind weil in der eigentlich sehr coolen app von der spiel dieses jahr sind sie nicht mit drin aber dort haben sie sich zumindest mit angegeben castle von loken könnt ihr euch vielleicht doch mal angucken hat eine lange entwicklungsgeschichte hinter sich auch nicht ganz unproblematisch alles gewesen aber am ende ausgeliefert worden und ja bei mir liegt es eigentlich wirklich nur am zeit das ist noch nicht auf den tisch gekommen ist vom setting her so so grob so ein zeitreisethema aber mit dungeon crawler aspekten story aspekten sie vom material wirklich sehr interessant aus also ja bock habe ich auf jeden fall aber ja wie gesagt die zeit april zeit mit dice congress kommt ein spiel was mich vor allem anspricht mit einer glaube ich angenehmen spielzeit das konzept ist ganz einfach wir haben sehr viele würfel wie wir ja hier sehen und ziehen dann halt gegner und kämpfen diese gegner und legen die würfel drauf je nachdem was wir gewürfelt haben da ist natürlich noch ein bisschen mehr dahinter aber grundsätzlich geht es darum dass natürlich bestimmte monster dann voraussetzungen haben also der eine muss getötet werden vor dem anderen der eine muss darlegen darlegen etc das erinnert mich schon ein bisschen an set a watch und set a watch spiele ich sehr gerne hat aber schon eine gewisse spielzeit also es ist kein so kleines spiel und wenn das hier so etwas wie set a watch simulieren kann mit verschiedenen würfeln und dadurch vielleicht auch verschiedenen taktischen elementen dann könnte das ein interessanter ziel sein der kurzweilig gespielt werden kann stelle ich mir vor allem für die schule ganz interessant vor vor allem mit den verschiedenen würfeln also dies conquest von wiskits ja dann ein spiel was ich selber ja schon spielen konnte habt ihr bei mir auf dem kanal auch gesehen die kampagne ist jetzt abgelaufen und dann ist es von mark und max wie sie kennengelernt habe und die seht ihr an halle 6 und habe dort die möglichkeit ganz oben wenn man den plan hat oben rechts in der ecke dabei ist jetzt gerade die standnummer nicht aus dem kopf aber wenn ihr story getriebene spiele mögt wenn ihr narrative spiele mögt im cyberpunk universum dann ist das wirklich ein blick wert hat eine interessante kampfmechanik mit diesem diesen push your luck oder dieser ressourcen management kann man es vielleicht auch ein bisschen nennen dass man sich überlegen kann extrem zu stressen um immer wieder stärkere angriffe rauszuholen aber desto mehr und stressen desto früher werden wir halt ausgenockt und ich habe ja eine mission an seine grundmission spielen können dann so ein bisschen entscheidungen die man treffen durfte und dann den bosskampf der bosskampf hat mir wirklich gut gefallen denn der boss hat sich sehr unterschiedlich noch mal zu den normalen charakteren gespielt denn da sehe ich nicht so die stärke des spiels in der kai der gegner in der normalen kai aber die bosse haben sie auf jeden fall der boss schuldigung hat sich auf jeden fall interessant gespielt das ist das was ich vom spiel gesehen habe und von der warte her hat es mir echt gefallen und kann ich empfehlen kann aber natürlich nicht für das ganze spiel sprechen aber was man den beiden jungs anmerkt nicht nur dass sie super marketing gemacht haben dass sie auf allen möglichen kanälen zu finden waren sondern sie stehen da voll mit herzblut hinter hinter diesem ganzen projekt ich setze mal ein late pledge wird bestimmt möglich sein und wenn ich schaut euch auf jeden fall dort mal bei den jungs an ja und dann wahrscheinlich mein spiel der messe nämlich ich liebe pandemic und ich liebe star wars und dann auch noch die clone wars und ich sehe hier vorne obi van kenobi und ihr könnt ihr auch anakin skywalker übernehmen asoka joda scheinbar auch also verschiedene charaktere wird es auf der messe meinen informationen nach schon auf deutsch geben da haben sie wirklich wieder einen aus dem hut gezaubert kann man sagen letztes jahr hatten sie die world of warcraft lizenz und einer der entwickler alexander ortlauf der hat jetzt hier die möglichkeit bekommen einen star wars ableger zu machen interessant ist dass sie eigentlich dieses pandemic nicht direkt mit drin haben weil sie haben star wars clone wars und steht dann pandemic style ich bin gespannt wie viel pandemic style da noch mit dabei ist wir sehen hier schon eine karte der galaxie und wir befinden uns halt in den klonkriegen das heißt episode 2 bis episode 3 hier oben sehen wir auch eine da small ich schätze mal als antagonisten also für star wars fans glaube ich ein ganz interessanter titel und für mich als fan der pandemic und fan von star wars ein absoluter pflichtkauf und da werdet ihr ganz schnell was zu sehen denn da haben auch schon meine kumpels hier zu hause gesagt okay wenn das wenn du von der spiel wieder kommst das kommt als erstes auf den tisch und da sind wir uns einig auf jeden fall noch mal ein spannender titel auf den ich euch aufmerksam machen will weil ich diesen verlag einfach mag sind super sympathische jungs nämlich gaia games ecogon stille wasser das ist eine standalone erweiterung zu ecogon in ecogon geht es allgemein darum ein ökosystem aufzubauen dieses spiel schafft es in meinen augen sehr schön die gegenseitigen bedingungen von ökosystemen sich aufzeigen zu können das heißt was benötigen wir und vor allem was benötigen tiere um in einem ökosystem funktionieren zu können und es gibt so ereigniskarten die dann dafür sorgen dass er tiere verliert das pflanzen zerstört werden und dadurch auch die die tiere rausfliegen dieser kettenreaktion wie es halt auch in der realität halt ist finde ich bitte das spiel sehr schön ab deshalb auch für euch da draußen weiß ja dass viele lehrer auch zugucken als bio lehrer auf jeden fall im blick wert ecogon anzugucken dazu kommen wie gesagt die jungs total sympathisch und gaia games auch noch aus sachsen anhalt also hier aus meiner heimat und sehr bemüht darum etwas gegen den ganzen plastik wahnsinn zu machen nämlich diese ganzen spiele sind ohne plastik hergestellt worden aus nachhaltigen ressourcen gibt es viele informationen um auf der webseite von den jungs ecogon stille wasser geht jetzt sozusagen gebringt zwei neue lebensräume zu nämlich das ufer und die stillgewässer ich hatte die große freude nämlich dort ein bisschen mitzuarbeiten weil das spiel hat ein oder zwei neue sachen bekommen für die zweite auflage nämlich zum einen die habitat möglichkeit die tendenzial ein bisschen leichter macht finde ich soll auch so gedacht sein und zweiter ist das missionsmodul was mir wirklich gut gefällt und was ich halt vorher so ein bisschen playtesten können und deshalb habe ich die große ehre hinten auch erwähnen zu werden obwohl ich nicht so viel gemacht habe wie man dort vermuten könnte ich habe einfach mal meinen senf dazu gegeben sie waren so nett mir das als print and play zuzuschicken so und jetzt ist die zweite edition raus die hat auch ein anderes artwork sieht richtig cool aus nämlich gerade die box weil ich es gerade auch auf dem tisch habe denn ich mache dazu noch ein let's play hatte einer von euch vorgeschlagen dass das eine gute idee wäre denn ich habe ecogon mit den regeln schon gezeigt findet ihr schon bei mir auf dem kanal jetzt zeige ich sozusagen was bei stille wasser anders ist das ist nicht so viel ihr könnt beide miteinander kombinieren aber stille wasser funktioniert auch allein und cool finde ich dass die emissionen hat auch mit dem normalen ecogon spielen könnt genau und dazu werde ich einfach noch ein kleines spiel machen werde ich meine mission zeigen die man dort spielen kann aber an sich nach wie vor ein total modulares spiel und neben der philosophie wenn euch das schon interessiert und dann auch das thema dann geht unbedingt vorbei bei geil geben sich weil letztes jahr ich viele leute auf der messe getroffen und auch bei den kommentaren immer wieder die das geholt haben weil ich das vorgestellt habe es mich super freut denn die haben es echt verdient dort supporte zu werden aber über supporte zu werden dungeon of doria von von victor ahrens der ist bei mir auf dem discord channel auch schon mit dabei gewesen und dort habt ihr auch die möglichkeit bei ihm mal vorbei zu gucken ein bis sechs spieler interessant fand ich hier vor allem dieses initiativ system was er dort mit reingebracht hat aber vor allem so geht es in dem spiel darum ohne dungeon master one shots aber auch eine kampagne zu darzustellen das war ganz schön viel von dem cup also was an kampagnen und ambitionen was er was er dort angeboten hat das fand ich richtig krass ich denke immer wenn ich das spiel so sehr wäre für mich der reiz einfach drinnen er an diesen one shots den kampagnen spieler habe ich genug und ich finde es cool wenn spiele versuchen starke one shots zu schaffen oder halt wirklich kleinteilige missionen oder eine übersichtliche kampagne die jetzt nicht wieder 100 stunden in anspruch nimmt genau gemeinsam stemmt man sich hat diesen herausforderungen dorias genauer und ich würde einfach auch mal sagen schaut mal beim victor vorbei dann habt ihr auch die möglichkeit euch dort einen eindruck zu machen mit 3,5 auf jeden fall keine kleine komplexität und auch die spielzeit die angegeben wird ist auf jeden fall schon höher anzusehen ja im course base ist ein spiel das gibt es schon länger das ist ein sci-fi team wir übernehmen wenn ich das richtig verstehen so verstanden habe so eine gruppe von händlern wir haben ein spielbrett mit 3d elementen wir hier seht exploration natürlich aufträge erfüllen es gibt dann mission also eine kampagne auch natürlich und wo es dann die mission gibt zu fliehen guter freund von mir hat mir erzählt dass er das sehr sehr stark findet das jetzt nicht so der typische kooperative spieler sagt hat dass er den des im kooperativen modus wirklich cool findet ihm das viel spaß macht jetzt gibt es dazu und das ist der nächste titel eine neue reimplementierung kann man sagen nämlich mal adum dungeons of enverin was das ganze dann halt in ein fantasy setting bringt sie selber sagen es ist nicht nur eine einfache portation auf ein neues thema sie haben auch ein paar sachen geändert das kann natürlich gut sein kann aber auch werbesprech sein ich will mir das dort gerne angucken also mal adum könnt ihr euch als demo angucken cool space gibt es für 110 dollar wenn der preis stimmt ein anderes spiel was es als demo gibt es war crow adventures auch wieder einen crawler für vier spieler als hätten wir davon nicht genug sieht aber wirklich interessant aus genau mix aus taktik und narration mit dem sie hier werben smartphone liegt auf dem tisch ist da schon ein zeichen dafür gerade gar nicht geguckt also zumindest heißt mir nicht mit markiert ob es auch app basiert ist sehe ich jetzt auf die schnelle nicht ihr seht auch so viele informationen gibt es im grunde genommen noch nicht aber corvus belly ist nun auch kein unbeschriebenes blatt deshalb bin ich interessiert würde ich mir mal angucken wenn ich die zeit dazu habe aus in so viele demos und neuheiten die da sind ja irgendwo muss ja noch abstriche machen dazu so dann heißt das duk kids duk es scheinbar allgemein spiel duk in danger heißt der verlag ich hoffe ich spreche das richtig aus und spiel kommt auf deutsch hat memory ansatz es geht darum dass wir so eine gruppe von ranger sind die fallen entschärfen müssen und genau nach und nach als aktionen decken wir dann verschiedene karten dort im dschungel auf ab vier jahren ich muss sagen so viel kann ich mir noch gar nicht drunter vorstellen fall ab vier jahren also wenn ich jetzt so andere spiele wird die loki reihe wo ich ja auch einiges zu gemacht habe sehr klingt das ja schon verhältnismäßig komplex in anführungszeichen vor allem im memory aspekt deshalb muss ich sagen bin ich grundsätzlich erstmal interessiert und werde es vielleicht für meinen sohn immer mitnehmen und werde ich mir mein dort vom verlag anschauen ein anderes spiel das ihr auch schon bei mir auf dem kanal gesehen habt es nämlich phantom zur card game ein spiel für fans von comics und auf der anderen seite auch von kampagnen deck building spielen vor allem kampagne ist ja der fokus es geht vor allem hier darum so eine kleine kampagne durchzuspielen im grundspiel waren drei abenteuer es gibt es aber mittlerweile auch eine erweiterung und wenn ihr da allgemein interesse daran habt ist die messe eine gute möglichkeit da einfach auch mal dran zu kommen an die spiele denn sonst halt mit dem versandkosten aus schweden ist immer ein bisschen teurer der michael ist ein total netter hatte sehr früh schon kontakt mit ihm und ich hatte auch die erweiterung als prototyp hier und konnte sie spielen die mir auch richtig gut gefallen hat die kartenqualität ist so eine sache wo man sagen muss ja muss man mögen ist wahrscheinlich einfach ist glaube ich wenig plastik drin würde ich vermuten so von vom gehalt her aber sie wirken dadurch ja da manchmal ein bisschen qualitativ minderwertig was nicht heißt dass sie schlecht sind das auf jeden fall nicht aber wenn man jetzt vergleich mit den großen firmen wie raken realms oder so line finish und was es da alles so gibt das hatten sie zumindest so nicht also ich habe es nicht als schlecht wahrgenommen aber ich weiß da gibt es ein paar karten puristen die da vielleicht ihre probleme mit haben notfalls sage ich immer es lieben aber ich finde es sehr cool obwohl ich nicht so ein comic buch fan bin ich kannte das phantom vorher auch nicht und als kampagnen spiel für ein bis zwei spieler das andere besonderheiten mit mehr als zwei spielern könnt ihr es nicht spielen macht es wirklich spaß ja dann haben wir ein spiel was ich euch überhaupt nicht empfehlen kann und das seht ihr auch schon hier von der allgemeinen board game league bewertung nämlich council of 12 ich hatte das letztes jahr spielen können auf den b-rex tagen und da war die liebe rita da liebe rita nimmst du mir nicht böse ich finde ich sehr sympathisch aber das spiel hat mich überhaupt nicht abgeholt du hast uns dort erklärt wir alle waren ein bisschen ratlos ich habe es mir dann zu hause noch mal angeguckt ich habe es gebäck gehabt in der spiele schmiede so ein bisschen die grundidee finde ich von sie meint übernommen mit einem schicken artworks aber wirklich cool aus aber das spiel ist tatsächlich ziemlich langweilig es geht darum so ein bisschen herauszufinden okay welche karten wie was und da hat man so verschiedene missionen und ja also ist ein deduktionsspiel aber da gibt es so viel besser auf dem markt dass ich keinen grund darin sehe noch mal irgendwann in meinem leben council of 12 zu spielen also für mich ein schwacher titel und kann ich euch wirklich nicht zu raten obwohl es von meinen partnern aus der spiele schmiede ist ja kann ich wirklich nicht empfehlen ja ein spiel wo ich auch ein bisschen bauchschmerzen habe ist die rest of the legacy of isla nubla das war ja eine crowdfunding kampagne aber wo man eigentlich auch gesehen hat funko games brauchte die eigentlich gar nicht so eine vorverkauf aktion deshalb hatte ich damals auch schon ein bisschen davor gewarnt spielerisch soll es jetzt auch nicht wirklich umhauen vor allem für die große und lange spielzeit von 90 150 minuten und meistens ja noch mehr die das spiel im grunde genommen mit anbietet ich würde es mir gerne angucken allgemein funko games haben viele schöne sachen das fenster zum hof zum beispiel haben sie jetzt und ich weiß nicht ob sie das schon auf der spiel haben aber die werde ich mir dort holen denn diese spielfilm umsetzung was heißt nur hat es nicht nur die die spielfilm umsetzung auf der einen seite zurück in die zukunft ist eine super umsetzung umsetzung horrified sagen irgendwann muss ich mal das video hochladen habe ich schon ewig fertig hier rumliegen und der sendeplatz bisher immer voll aber das wird sich nach der spiel irgendwann auch mal ein bisschen legen dass ich auch mal ein bisschen zeit brauche das auch mal hochzuladen das macht auch spaß auch mit der american monster arbeitung hier kann ich vielleicht sagen wenn ihr das normale horrified habt und jetzt das american monster dort ist das lohnt sich für euch wirklich nur wenn ihr sagt ihr wollt verschiedene neue monster an denn es ist spielerisch exakt das gleiche ist eins zu eins das gleiche spiel finde ich schade da hätte man noch ein bisschen mehr machen können denke ich aber ihr habt halt mehr monster da müsst ihr halt wissen ob euch dass das dann wert ist so jetzt hatten wir schon und dann haben wir als letztes noch nova etas renaissance hatte ich letztes jahr schon darüber gesprochen hat mir es richtig viel spaß gemacht ist leider immer noch nicht da auch einige verzögerung dort aber super sympathisch italiener dungeon crawler mit spannenden initiativ rondell was dort läuft und ja ist auch sozusagen gab es gab schon nova etas diese renaissance sozusagen jetzt die die vor allem auf den fokus auf das kooperative gesetzte erweiterung stand alone erweiterung glaube ich und ja coole miniaturen cooles material und ja fand ich mehr cool wenn der da nicht mitgemacht habt und euch aber trotzdem für interessiert dann empfehle ich euch wirklich dort bei dem spiel mal vorbeizugucken gut ich glaube es ist tatsächlich jetzt vollbracht es sind am ende mehr titel geworden ich wollte ja am anfang nur so drei zehn oder zehn 13 highlights machen habe dann aber schnell festgestellt es sind so viel mehr und klar kann ich sagen was sind jetzt die highlights nur für mich dann sind das natürlich nicht diese ganzen fast 100 spiele die ich euch hier vorgestellt habe also meine liste hat auch noch 173 kooperative titel die ich gelistet habe also da habe ich auch schon ein bisschen selektiert für euch von denen wo ich gemeint habe das können interessante titel sein beziehungsweise titel wo ich eher sagen weil vorsicht das muss nicht sein also ich weiß nicht ob das wirklich was bringt so wie zum beispiel council of 12 und so habt da denke ich und hoffe ich auch eine gute übersicht habe ja viel feedback von euch bekommen das freut mich dass ich euch damit helfen konnte wie gesagt wenn wir uns auf der spiel sehen sollten freue ich mich wenn ihr mich einfach anspricht und wenn nicht wünsche ich euch allgemein auch eine schöne zeit bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao jetzt habe ich sie auch fast vergessen aber jetzt haben wir noch unsere gewinnerziehung für das gewinnspiel rund um kneipenquiz und 4 8 gesponsert vom moses verlag noch mal vielen dank an dieser stelle ich habe wieder den youtube kommen picker der hashtag endlich wochenende musste unter das video mit den vier quiz spielen gesetzt werden das haben insgesamt 19 leute gemacht dazu kommen meine patreons habe ich schon ein paar mal gesagt wenn ihr patreons bei mir seid jeder patron kriegt ein zusätzliches los zu seinen kommentaren manche kommentieren auch gar nicht und man kriegt das einfach so ist also bei jedem gewinnspiel automatisch mit dabei dass ich mache wenn man jetzt mein video nicht geschaumt hat und ab einem bestimmten punkt gibt es sogar zwei lose das erklärt warum hier noch mal zehn weitere einträge sind so oder so mein patreons und allen anderen wünsche ich viel glück und wir wählen jetzt unseren gewinner und das ist der kubi sehr schön da freut mich auch einer der patreons der mich mit unterstützt auch super viel kommentiert also freut mich kubi dass du gewonnen hast schreib mir bitte eine mail mail adresse hast du das weiß ich und eine woche hast du zeit dich bei mir zu melden oder sagen wir mal machen wir mal zwei wochen wegen der spiel dass da noch mal eine extra woche mit dran ist und dann gehen die gewinner nicht raus alle anderen die nicht gewonnen haben nicht traurig sein ich habe schon angekündigt ende des jahres wird zum einen für meine patreons in der extra sache geben und dann noch mal groß gewinnspiel rund um die hoffentlich 1500 abonnenten da bin ich mir ziemlich sicher dass wir das bis dahin hinbekommen sind jetzt nur noch knapp 30 die da fehlen da wird es auf jeden fall noch viele gewinnspiele ende des jahres geben also da habt ihr alle noch mal eine chance danke fürs mitmachen und jetzt folge ich bis zum nächsten mal ciao